so nächsten zwei stunden versenken ist da fehlt ein stuhl steht schon hier aber ich kann nichts bauen weil mir fehlt was structures und fiber glaube ich was machen so forest ok gucken ob es da fiber gibt und ob man das vielleicht dann verfahren stellen kann automatisiert uns nervt das ja voll haben wir eine bummer am start so aus noch mehr lief siehend war ich auch nicht ganz richtig fiber sweet bush so muss ich jetzt sehen ob ich den shit auch selber herstellen kann oder baue ich dafür erst den skill habe ich nur einen punkt zu vergeben das wäre ja mal eine pflanze botany in the scanner will allow some plants to be cultivated here I'll close more ok so nehmen wir den mal ach so null scheiße wie viel fehlt denn noch nicht mehr viel das heißt dann scanne ich mal den planeten durch ja ja ist alles grün hier aber was fehlt denn ich habe ich noch gar nicht das heißt ich muss ein anderes biome oder wie Svenna am ufer vielleicht mal sehen was hier steht ich will never grow weary of seeing places like this ok wo geht es denn hier zum ufer da kann ich ja auch so wurscht direkt einmal im auto ausgucken wei am complete trotzdem steht da 8 und 10 ok bleibt ja nummer 1 1000 planes 75% abschied das habe ich jetzt gar nicht gesehen aber das wird es sein mal kurz gucken 100% und savannah da oh nice da gab da noch ein paar fishies da ist schon was nice da ist da ist das Mein Leech sind unterschiedliche Tierchen, okay. Okay, was geben die dir? Ach ja, okay. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Überladen oder was? Ne. Alles easy. Ich bin auch nicht gut zu Fuß. Lebt ihr noch? Ne, Structural. Wow. Ich muss mich hier an Outpost machen. So? Tο ist Queensland mit der Öff вообще mines oder Bache? Ich nehme die Öffne, verkomme deine Öffne. Ich nehme es hinzu. Ich nehme die Öffne. St chodzi um You Da gibt es dann die Traits eventuell. Geh ich da mal hin. Geh ich da mal hin. Mal gespannt. Achso, ja. Ein so ein fliegendes Bubbeltier war ja schon mal da. Warte, was machst du denn hier? Der ist ganz beschissen. Der ist gescannt. Der auch. Was soll ich denn sagen? Weg hier. Was soll ich denn? Der ist gut. Der ist gut. Der ist ja gut. Der ist gut. das hier schon eine atmosphäre mache mit dem bruder dann sprühen sich die 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 Ah, das ist ja auch gut. Komm, wir nicht schießen, doch aber... Wollen wir mal gucken was die haben. Ja. Panktaschen. immer krass hier ich mir vor wissen sollen überladen ist sicher gut dass man den scanner dazu schließen muss das blöd da ist das blaues 38 prozent erst das lockt jetzt hier meinen bugs an oder nicht nein 9 an 60 Prozent trotzdem wassertürchen ein Ashtar, sehr schlecht hab ich nicht gesehen die Weihnachtsstimme hier da ist noch was los zack 71 gib mir noch ein 5 Meter ich hab's auch noch den zweiten Trade blau 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 umschloss das und Spaß macht nichts das die 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 Was noch nicht schwer. vorne weiß geschmant hier was ist denn das das ist blauzeug ah ich habe Geld ich habe eine Puppen Juhu ja ich habe eine Puppen mitgebracht die kollegen goldschläger das ist eine leere sachen war school damit auch sonst lasse ich mal ein bisschen was liegen hier oh man noch ein hobel da musst du mit was ist das? andrea kannst du mal hier den ersten mal schön weg wussten aber dann noch ja so am die muni war in dem hey gut kann auch Ich kann die Sarah noch mal lernen ich hab auch die agent da macht sie die pack alles einsprüche und dann gleich das ist bescheuert lass liegen warte jetzt Benzin gibt es hier, das auch immer so ist dass hier coolen shit gibt, Pigmente, das ist ja der Tief oh Mist oh da, Überraschungsnest ach shit, war ich ja schon ok storage box credits und da gibt es hier gar kein trade stehst echt am schlau was war denn das noch so was ist da hinten wo ist das blaue teil da ist noch ein dankball das ist doch nicht meiner oder doch ich bin echt verblöde da 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 brauche ich in diesen exotischen sachen was kommt denn da noch alles sicher komplett nämlich nicht 50 autos bauen darf da hat ich nicht immer cobalt fällt gesehen hier war das cobalt steinchen oder mal mal drei ressourcen kann ich haben pro autos zähle mit dem ich habe den kenntnisstand zumindest maximal maximal produktiv natural das ist gut jetzt hier schon das kennt ich sehe aber nicht auf die man die dinge züchten kann nicht so ein bockener es ist cool aus ja wirklich richtig richtig geil alter im ernst muss man so ist jetzt der scheiß aus Versehen gesetzten Outposts einsam ihr Sucker echt das denn beschäftigt? oh sind aber zu viel kostet zu viel Müll so wahrscheinlich geht man da irgendwie verrückt so sowas cool schlub auf der Kolege da ist es nicht Ich bin der Fall, ich bin der Fall. schon zwei ständchen rumlaufen und ein tierchen fehlt noch gesagt in diesen tierchen finden ist wahrscheinlich mehr ist aber das hatte ich noch nicht fertig und einmal skin botanieren dann checken und weiter etwas bekommt naja diesen trade fertig nicht da nicht einsammeln nichts gar keine schlechte wahl der brocken hier kann ich kein autobus setzen warum schon zu nah bin hier nicht nicht Das war schon. Der Benzin. Irgendwas stimmt, oder nicht? Ist schon was scant? Da läuft es schon, der hat eine abgerüchte Gegend. Da sieht er aber anders aus als sonst, beim Hallo-Sagen. Tablette schmeißen, ne? Tyra. Ich habe, glaube ich, keins. Ach, pfff. Ich will dir, wirklich? Ah, kein Problem. Wie geht's dir, Kollege? Der Schnee ist aber nicht gut. Ja, Mann. Ja, Mann. Der Schneemann am Start. So, und wo war der dankbar? Da. Ja. Ja. Entschuldigung. Das ist ja. Einsam. dann springen wir mal ans wasser hier ach du scheiße hier ist alles so flach so ist es okay so 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 every world with living things als zubettung mit ihr muss so hin Richtung Süden, oder? Ja, Richtung Osten. Einmal muss ich es gebacken bekommen, lange Tab zu drücken. Um hier rauszukommen. Kompass, bitte. Die kann ich auch bei mir an der Base scannen, oder? Ja, ich denke schon. Und die Refresion. Chicken. I am completed. Wieso steht das nicht bei Resources? Ach du Scheiße, ich dachte hier eigentlich das Wasser sauer. Das ist eine Schwende. Eine Schwende. Wieso? Ich muss mal den Baustellen lernen hier sogar nachts. Solvent. Was da immer alles ist. 63. 63. 63. 64. 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 Structure, und ein Treatment Miss Honor, random, vielleicht geht es bei diesen Structures und direkt in Kobalt gelandet, was haben wir sonst noch, Kobalt und Nickel, scheiße, sind sich zu geil, den Plan wieder ändern, mal checken, ob wir noch einen hinbekommen, das sind für Panikäusche, das ist doch hier, schöne Outpost Location, aber ohne Wasser, ohne Sicht aufs Meer, kann nix, ach komm scheiße, wir müssen fast einen Mod installieren, das macht ja echt keinen großen Unterschied, wo ist denn Nickel, hier, zack, warum muss es weichen, da brauchen wir einmal Saft, brauchen wir den Solar, entschuldigen die Sonne hier, die Schieber, die Schieber, die Schieber, Schickte Weihers. Ein paar Samtklappen vielleicht schnell. Das ist 1990, oder? Für Personal Use. muss man extrakt falsch ich weiß man die pumpen ist noch zwei landeplätze hier ein baller nix was war ne was war was ist in box was ist outbox Also rot, rot, rot. Oh ja, jetzt verladen, wieso? New stuff, resources, sort by. Oh ne, eigentlich wurscht, hatte man das Schiff noch Platz? Oh, oh. Zack. Hm, bisschen noch. Hier sind das Auto an der Nähe. Lassen wir die Resources weg, also. Ja, Kopparzer. Adaptive Frames, kann ich auch einlagern. 75, kann man wieder einpacken, nice. So. Dann haben wir einen super kreativen Namen. Kopnik. Super, ach, aber egal. Ast rein. So. Ist notiert. Sonne geht unter. Scheißegal. Küste brauchen wir nicht mehr. Irgendwo was schönes, zack. Ein Trade noch. Ja, muss ich doch noch mal gucken, was es auf dem Felsen hier noch alles gibt. Okay. Genau. Argon. Benzin. Kobalt ist gar nicht so häufig. Kobalt im Nickel haben wir hier. Hallo, haben wir so schon auf der Speisekarte. Oh. Also könnte man noch so eine Combo machen. Structure, ja, komm. Hallo. Mist. Was? Ich will nochmal einen Muni holen. Soll da. Schnapp nicht mehr einfach die erste Wurme. Credits! Mitten in der Bumper. Tja. Sechsen Attacken. Ah, ne mit. Ah, ne mit. Hm, hab ich aber erst jetzt gecheckt. Wie geil das ist. Oh man, dann geht's schon wieder los. Kranke Looter-Reihe. Mit Zilin. Bandages. Brauch ich den Scheiß hier auch? Hab ich schon so viel? Ja. Na, brauche ich. Cooler Wasser. Oh, die sieht schon nice aus. Komm, eine Kantine. Die Base. Oh. Oh. Oha. Wollte schon sagen, wo seid ihr denn Kollegen? Da erschreckt die mich ja. Ne Ecke. USB-Kabel. Käppchen. Matpack. Amp. Decker Cards. Money, money. Wow. Cheese. Spaghetti. Das ist ja schon gelohnt. Da ist ja jetzt in so'n Apno. Pirate. Die legte sich erst mal hin, ja. Moment. Ich muss nur darauf achten, ob ich auf das XP bekomme, wenn die die umlegt. Granate. Hammer. Aber jetzt müssen wir echt mal irgendwie Storage anlegen. Wo bist du? Wow. Boah, die Bombe ist ja gar nicht schlecht. Tja, Mac. Helium? Ne. Was auch mit dem Scheiß? Stickig nach drinnen und Zeug. hey man den dino habe ich schon gescannt oder was? ich kann mich erinnern was zur hölle kurze abstecher lassen wir mal hier die bummer was soll das ausbezeichnen die müsste ich jetzt massig nie haben relativ massig assistance nobility ist nah da niente natürlich um noch mal structure okay Guck mal. Geh mal hier. Master? Drei Stück. Tja, da ist noch ein Doppelteil. Verstehen? Das ist jetzt wirklich random. Zwei, eins gegenüber. War es schon Ende der Vorsteller, ne? Fünf, das schlucken. Zehn, nicht. Nur den hier. Ich habe ein viel Screens. Das ist eine User-Session. So, einmal hier, Heartsafe. Was ist denn das? Eine Cutlass? Was war das? Achso, ja. Schwertchen. Ups. Ich brauche eine Computer-Terminal. Advanced. Die haben ja etwas nur unten. Machen wir mal den hier mit, ne? Nope. Nicht verarschen. Zwei, vier, sechs, sieben. Vier und drei. Wo sind die Dreier? Ja. So, mit dem Letz jetzt, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Vier und vier wäre gut. Was ist das hier? Passt? Nein. Und den Affen hier? Oh, der sieht doch lustig aus, ne? Da muss doch der hier reinpassen, ne? Oh, Mann. Contraband. Ja, nicht mehr so viel bringt jetzt. Shit. Oh, Credit! Nice. Rinosäuren und Überredungswasser. Das heißt, die ganzen scheiß Bots kommen jetzt raus. Oh, was ist der Appa? Der Wohle drin. Tissues. Der Wixer hier. Der Wixer hier. Der Wixer hier. Danger. Expert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vierer. Tissues. čne,八,八,八,八,八,八,八,八. Was haben wir hier? Scheiße Fuckin Shit, okay Aber dann hatte ich ja vorher auch nicht, oder? Das ganze Haus zählt Hm, Salmon's Reserve Okay, Restart Collective Moment mal Man kommt hier nicht rein, ihr Bottis Soll ich sie rauslocken? Hat er erst ein Fenster? Squaw Bring it Die anderen auf die Farbe Achso, ja, das ist aber nett Radioactive? Das ist ja mal nice Komm, die nehmen wir mal hier Radioactive B Auf die vier Hier ist noch ein Sammeln Gang Hitman Modified Okay Was können wir jetzt noch hier herkommen? Tiefchen ist doch zu Wurscht Vielleicht ist es mein Weg Hm, 2C Security Habe ich schon Rhapsody Rhapsody Am Windy Night? Nein Nein Ja Was ist denn da schon? Ja Ja Und Was ist denn da schon? auch keine waffe 246 hier und zwei zwei oder drei ne, die haben zwei zwei vier sechs chocka boom, Credits Credits Ja, Mann. Incoming! Outflying! Da müssen wir übernehmen, ja. Oh. Ja doch locker. Mann, ich hab schon wieder viel zu viel Shit. Mann, Tschechien ist ja gar kein Platz, ja. Was war denn da? Komm runter, du anstrengender Töne. Komm runter, du anstrengender Töne. Oh. Mach' denn die Töne um. Ich müsste die KI checken, dass er keine Chance hat. Mit Früchten. Hm. Mh. Ferdis von Milch hat die nette Dame, die nicht mal nen Namen hat. Mh. 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 Das hier Interstellarer Ikea oder? Was ist denn da oben? Oh, das hört ja gar nicht auf, ja. Was ist denn da oben? Man, 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 woher mit dem ganzen Scheiß? Was ist eben die Endgame? Creating a stronger robot? Don't know. Blablabla. Actually, maybe I should ask for a raise, okay. Das ist ja einfach verpissen mit dem Robot sein lassen. Vielleicht ist das auch schon vors Gleisen gelaufen und schon weg. Wow, richtig cool. Okay. 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 Puh. Das ist auch noch voll, ja. Tätas Trophic Failure. A17, A18 und B7. New Shield. Ich sehe das Datum überhaupt nicht, Mensch. Chronologische Reifelung, unbekannt hier. Okay, Rädchen. Okay. 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 I also wish to be prepared for any situation, but there are practical limits now. Okay. 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 Oh, so was das? Stealcups 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 Tension Huh It's the last shower Just go clean their cell lay off the booze let's not shower credits oh sure einweg 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 eine kleine schöne kaktus Wir sehen uns in die Verteidigung. Credits! Oh, I'll make credits! Haha! Lads. Zack, und schon hier war ne Stunde rum wieder. Und dann nix gemacht hier, Basemäßig. Ich finde ADHS nicht geeignet, das Spiel. Zu viel Ablenkung. Keiner versteckt. Und keine Credits. Ich hatte eine Terra-Bru-Kasse mitgehen lassen. Das ist ne Sack. Uh! Noch einmal Iron in der Tasche. Ah, ich muss einmal hier Iron mal untracken. Wie geht denn das? Inventory Resources. Muss ich wahrscheinlich eins haben. Dann hebe ich das mal auf. Oder ist das anders gelöst? Ist das irgendwie... Instruction-Liste oder sowas. Ach, das ist das Ausrufezeug? Ne. Die Lupe. Oh Quatsch. Fiber. Dropback. Spec. Nix. Das ist das. Das ist das. Das ist das. das hat doch nicht mitgehen lassen wir haben eine eigene filiale nicht schlecht hallo nix oops oops cafe credits ein paar was ist das? Kaffee. Ach du Scheiße, so viel Kaffee. Nice. Kaffee Brewer. Willow. Schleuse. Nichts was there. Nope, it's lost. Hm. Hm. Spend ich einfach nur am Arsch. Hm. Hm. Der Platz war auf meinem Schiff hier. Hm. 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 Mach ich das. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 also was machen, den fucking trade finden wunderbar, Eingaben einzusammeln ja 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 jetzt hat der eigentlich am start ja 750 750 nichts aufsammeln nichts aufsammeln oh muss uns heute mal nicht ablenken lassen ob die es trotzdem da sind ob die nur spawnen, wenn ich annehme fester müssen eigentlich da sein oh, endlich mal wieder regen natural anders zeichen aha oh, I have two skins B300xp, ich bin noch nicht aufgestiegen das ist ja fies ok, wie geht's weiter ach, das ist ein level wo hat ich denn geguckt oh, eine ganze Menge mhm also, auch nicht klar, das warte geht erstmal ja, erst mal den shit verkaufen wollte ich den vielleicht gar nicht haben soll das contraband und dann noch weiteren shit, falls möglich weiß leuchtend heißt da war ich schon mal rot nicht erreichbar nicht leuchtend war ich noch nicht ok aber Ja. Ja. Ander. V.H.I.L. You are clear to dock. Welcome to UC Space. I don't want to make my power off the shuttle. Was ist das? Will ich den Shit verkaufen? Ups Tja Untertitelung für funk, 2017 Lass uns weiter verkaufen. Kommen die denn schon in der Josefine? Navigator? Kommen die schon in der Josefine. 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 Mein Kontravent liegt ja da in der Racer auf dem Boden. Meins war aber nicht abgelegt. Oder war ich schlau genug das nicht abzulegen? 24 fucking tausend. Hier muss ich mal zum bloody fliegen noch. Hier. My components. Wie skilled man dann am besten? Ich scanne oder werde ich verkaufen der Scandaten? Captain. Hallo. Ich habe... Ah, irgendwer doch mit einem abgeschlossenen Scan. 1.000. Schön, zu sehen. Ihr werdet ein besseres Neues finden. 1.000-nice. 2800 mehr mehr geben vergleich 3825 29 29 30 30 30 31 Das ist doch so. Oh, 7000 ist ein Sack. Okay, dann müssen wir erstmal die Waffen noch mit Vendor hier ausballern. Facts habe ich nur einen, welches auch nur, nicht sein Vendor. Was? Die Affen kaufen alles, sell. Ah, heftig schon wieder geballert. Okay. 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 Der Rüssi macht es richtig teuer, ja. 1400 hat er noch. Okay, den Ding. Kontravent habe ich verkauft, ja. Jetzt kurz zur Aufpause nachdenken, was als nächstes kommt. Okay. Folgender Plan. Erstmal Fiber kaufen. Und Structure. Das sind das Resources, oder nicht? Hat da nichts am Start. Oder ist das irgendwo anders? Ne. Top-to-Mod. Fiber-Ion-Stull. Structural stock. Das ist das gleiche. Muss mal testen. Hier einfach mal scannen, mal sehen, was das bringt noch. Nichts. Hm. Hm. Was ich the ***? Fertig! Postal spacers are overrunning our position on Altair 2. We don't have much time. Private Mahoney, out! Im Ernst? Wie ist das? Oh, den Brücken hier, oder? Crimson? Das muss gehen. Was ist das? Was ist das? Oh! You're dead! He got the grab drive! das bringt ein bisschen punkte credits moment was soll das hier über den stein nope ist der da, ne? okay okay Das ist ein Po-Afton-Groß. Das ist Raph und Lowskirts. Das ist ein Po-Afton-Groß. 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 Das ist ein Po-Afton. Das ist ein Po-Afton-Groß. Das ist ein Po-Afton-Groß. Das ist ein Po-Afton-Groß. Das ist ein Po-Afton-Groß. Cool. Das ist ein Po-Afton-Groß. 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 Ihr cleared for landing at Aquila City. Wenn du eine Organische Materialien brauchst, dann wäre das Zeit. Dann wäre das Zeit. Dann wäre das Zeit. ist da gerade nichts aktiv Tungsten So, das hat ja eigentlich relativ langsam vergeht Okay Tungsten Dach Leute Schöne Malochen Danke sehr Mal habe ich über 1000 Iron wird aber langsam knapp Brauche ich ja nichts außer den Shit hier Okay Das ist doch beschissen Ich bin Vielen Dank. Es ist so blöd. Es ist so ein Inventory. Es ist so blöd. Es muss immer das Schiff eigentlich nehmen. Es ist so blöd. Okay, Iron habe ich verballert. Das ist so blöd. 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 Das 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 blöd. Large storage, ok. Titanium, Cesium, ok. Titanium, Ok, so we have to go! Titanium, Ecology, Scenic, and Scenic. Titanium, C4, Ok. 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 Chemistry brauchen wir ja, scheiße. Titanium fehlt echt da. Moment, hallo. 1.902, dieser Shit, plus 9. Wow. Kann man die schon mal austauschen? Okay. 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 Now, I think it's still working. Pick one way in this way. Okay. Was ist denn der ganze Shit? Geld verdienen. Lightboost. Sind das die Lightboost? Was sind die Strom? Sinon. Schau. Power needed zero. Schau. 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 Hm, das brauchen wir nicht. Hm, das ist ein Abwechslung, das ist ein Abwechslung. Entschuldigung. Es hat einfach nur Clue, ja? Ich wünsche, wir können das nur auf Neon machen. Ja, was? Hm. 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 Ja? 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 Dein Typ im Schmuggler ist, ist mir scheißegal, ne, wir danken dann, adios Leute. Bis zum nächsten Mal. So, das ist uns. Die bringen jetzt das da hier, die Liga. 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 Und drei Stacks Jetzt wäre es ein guter Zeit, um zu reprioritieren, was wir mit uns bringen und was wir hinterlassen. Oder sieben. Oder sieben. Oh man, hier ist ein bisschen. Was hast du? Du musst sehen, was ich... Was ist ein bisschen? Ja. 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 Ich habe es mit mir rein. Vielen Dank. Vielen Dank. All right, then. Hm, jetzt hätte man eigentlich erst verschalten sollen. Weiß ich nie, ob ich das übersehen habe. Okay. 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 Das waren zwei oder drei Pflanzen. Okay. 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 Vielen Dank.